Hallo, ich bin die Birgit und ich bin die Katrin. Schön, dass du wieder auf unserem Kanal bist. Wir nähen tolle Frühlingsdeko mit euch. Was es ist, das seht ihr gleich. Huch, zack, da habe ich was schon auf der Hand. Und noch einen zweiten in wunderschönen Farben. Und wie ihr diese süßen Eckis nähen könnt, die Utensilos, das zeigen wir euch in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Diese Eckis sind Kreativtüten. Wir verlinken euch das Ganze in der Infobox. Andere Modelle findet ihr noch bei uns im Online-Shop. Im Übrigen haben wir die Akkupatum-Stoffe gewählt. Ihr findet diese Stoffe bei uns im Internet-Shop. Schreiben wir in die Infobeschreibung. Das sind sie hier im Übrigen. Ich liebe sie. Kennt ihr unser Video zu der Maxima-Tasche, die Reißverschlusstasche? Guckt auf das, kommt in die Infobox. Wir wünschen euch beim Lienen ganz viel Spaß. Die Glocke! Wenn ihr wollt, vergesst die Glocke nicht. Genau. Daumen hoch. Und wie immer freuen wir uns über jedes Abo, damit unsere E-Tüpfelchen-Familie fleißig wachsen kann. Jetzt ran an die Maschine, keine Zeit verlieren. Das Osterfest naht. Frühling ist da. Habt ganz viel Spaß. Ja, wir sehen uns – Raps. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020